Musik 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 So, und bei Twitter habe ich über 300 Tweets gemeldet. Darauf habe ich innerhalb von sechs Monaten genau neun Antworten bekommen. Von all den Hass-Tweets, die Twitter nicht gelöscht hat, habe ich mir drasig ausgesucht. Wir haben aus ihnen Schablonen gemacht und diese Hassbotschaften direkt vor Twitters Büro sprühen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020